Ach, wie viel Wind heute, wie viel Wind heute, Junge, Junge, ist echt Wind, unglaublich, ja, immer Ausrede, ja, das ist vorbei, weil ihr seid Amateurgolf mit Spaß und jetzt kommt es, wie machen sie das Amateurgolf mit Absicht, ein Curve im Bau von rechts nach links, links nach rechts, und wie spielen sie mit Absicht, gerade, das ist nicht so kompliziert, wie sie alle denken, ja, weil ich möchte ab heute keine Ausrede, zum Beispiel, wenn sie sagen, ich möchte, hier sind Bäume, ich müsste von rechts nach links, wie ein Banana, so um die Bäume, das ist ganz einfach für euch auch, man stellt sich hin und klack, richtet nach rechts, abhängig wie für Kurve, und dann macht man nur eine flächere Bewegung mit Handgelenk, habe ich euch geliebt, Handgelenk, und nicht kontrollieren, und dann fliegt er dahin, aber mit Handgelenk, guck mal, was passiert, dann kommt er wieder zurück, dann kommt er wieder zurück, sehen Sie, das ist ein ein Curve vom rechts nach links, um die Bäume, auch links nach rechts, ist auch für euch kein Problem, weil, was macht die dann, nur die andere Seite, gerade stehen, klack, und dann parallel zum Füße, das macht der Ball, der kommt wieder zurück, oder, was habe ich euch gelehrt, hoch ist? Links, beim links, linker Fuß, dann geht er hoch, jetzt etwas höher, oder, was haben wir noch mehr? Rechts, flach, was war flach? Rechts, wrong, flach, dann sind wir die Fahne da, schön zielen, aber das ist so einfach so, ich brauche etwas anderes, man muss das Gesamt trainieren, mal gucken, alle immer da hinten, spielst du auch Golf? Sie? Perfekt, kommen Sie mal auf einen Mithund bitte, Mithund, ja, Hunde sind da lauter auf dem Platz, perfekt, na, schön, dass Sie da sind, haben wir lieber das Golf gespielt? Oh, glücklich, wie heißt es, liebe Schatz? Kusch, hi Schatzi, hi, du musst deine Spanne, liebe Schatzi, hier sitzen, wie ist Anna? Frank, komm mal weiter, bitte Frank, 1, 2, komm mal bitte hierhin, mit dem Gesicht zu mir bitte, linker Fuß bitte da, ja, hinter mir, hinter mir, rechter Fuß bitte da, perfekt, klasse, ja, der bleibt, perfekt, super, ja, der weiß, wohin geht's, ja, Frank, ein bisschen näher, oh, das ist schon nicht, das ist ja, ja, ich müsste dich ein bisschen schützen, ja, okay, das heißt, Vertrauen, Frank, wenn ich ihn gut treffe, kommt er exakt zwischen Knie und Höhe, ja, so nicht hat er nur eine andere Farbe, ist auch nicht, ja, okay, weil, was ist das Wichtigste, dass man mit Vertrauen den Ball trifft, exakt in der Mitte, dann geht er flach und dann steigt er am Ende, das hoffen wir, ja, okay, na, weil beim linken Fuß war er ist, dann geht er flach, he, ja, okay, beim linken Fuß, Frank, dann geht er flach, ja, beim rechten, links, ach, ist egal, wir gehen fehl aus, danke, danke, vielen Dank, Frank, sehr schön, ich möchte die Angst nicht machen, sehr schön, danke, aber jetzt kommt es, es ist mein, ich möchte die Angst nicht machen,